Man war sich der Situation schon bewusst, dass wenn wir es nicht schaffen... Meine Fresse, ey, kotzt mich die Scheiße an. ... dass hier ganz, ganz dunkel sein wird. Ich habe keinen Bock auf sowas. Jeder hat sich versteckt. Verfiss euch! Wir haben negatives Eigenkapital. Das sagt eigentlich fast alles. Der MSV muss nach vorne gehen. Und da sehe ich, dass sie nicht bereit sind, ins Risiko zu gehen. Es reicht langsam mit schwierigen Situationen. Ich möchte auch mal wieder da hingehen und sagen, boah, wie geil. Ich bin seit meinem achten Lebensjahr MSV-Fan. Das legt man ja nicht ab, nur weil immer Scheiße läuft. Das ist brutal. Wenn du absteigst, ist es brutal. Es wäre der Totalkrash. Punkt. Robert, hab du Schiss! Robert! Nimm mal das Herz in die Hand! Das ist einатель. Wir haben in die Hand. Von der Seine. Amt. Ja. Das ist alles. Da ist alles.